Nach der totalen nuklearen Vernichtung könnte der Wiederaufbau unserer großen Nation nun ihre Aufgabe sein. Aus diesem Grund hat Vortex Trainingsfilme und Broschüren entwickelt, damit sie die sieben Attribute besser verstehen, die sie special machen. Heute geht es um Stärke. Im Ödland sind die Vorräte knapp. Wenn sie etwas Wertvolles finden, bewahren sie es gut auf. Je stärker sie sind, desto mehr Dinge können sie tragen. Sie müssen ihre Grenzen kennen, sonst werden sie aus gefährlichen Situationen nur schwer entkommen, wie stark sie auch sein mögen. Es gibt Situationen, in denen sie unfreundlichen Nachbarn gegenüberstehen. In solchen Momenten müssen sie sich selbst verteidigen, indem sie ihre natürliche Stärke nutzen. Benutzen sie etwas Scharfes oder etwas Robustes zum Zuschlagen. Lassen sie sich etwas einfallen. Aber bleiben sie vernünftig. Und suchen sie etwas, das ihre innere Kraft weiter stärkt. Je stärker sie sind, desto größer die Auswirkung. Aber denken sie daran. Manchmal braucht es mehr als reine Muskelkraft. Machen sie fleißig Klimmzüge und Liegestütze. Denn Stärke kann noch mehr. Schlagen sie Bälle wie die Profis. Bauen sie spezielle Rüstungen und behalten. Schmieden sie kluge Waffen. Lesen sie aufmerksam ihre Vortech-Broschüren, um sich fürs Überleben zu rüsten. Und die Frage zu beantworten, wissen sie, was sie special macht?